Früher Papas Mini-Me, heute ein ganz eigener Style. Während Dieter Bohlen uns zum Jahreswechsel mit spektakulären Bildern von den Malediven beeindruckt, braucht sein Sohn Maurice dazu nur ein schlichtes Selfie. Der 15-Jährige stammt aus der Beziehung mit Estefania Küster und überrascht uns seit einiger Zeit immer wieder mit neuen Stylings. Als Cassian, wie sich Maurice auf Social Media nennt, sich zum ersten Mal bei der Netzgemeinde meldet, sehen wir noch einen echten Mini-Dieter vor uns. Blondierte Haare, braun gebrannt und große Klappe. Doch der Hobby-Skater mausert sich nach und nach zu einem lässigen Mädchenschwarm. Die Haare und die Outfits werden wilder und mutiger. Zu Silvester zeigt sich Maurice nun aber von einer neuen, ganz eleganten Seite. Die Löwenmähne ist zum Zopf gebunden und sogar eine Fliege hat der Teenager angelegt. Mit diesem coolen Selfie und vor allem seinem selbstbewussten Blick begeistert er die Instagram-Anhänger. Einen Vorgeschmack auf diesen festlichen Look gab es sogar schon zu Weihnachten. Denn auch auf den Familienbildern, die Estefania in ihrer Story teilt, sticht Cass im schicken Anzug in puncto Coolness alle anderen aus. Mein kleiner Gentleman schreibt die Mama zum Bild und stolzer könnte sie ihren großen Jungen wohl kaum anstrahlen.